Wer jetzt soll runterspringen oder was? Bruder, mach nix falsches! Er ist tot. War nett mit dir! Zuletzt bei Super Mario 3D Land. Um's kurz zusammenzufassen, wir beendeten Welt 4 und schritten vor in Welt 5, wo wir auch direkt im ersten Level auf das neue Item, die Boomerang Flower, trafen und diese auch schon in einem leicht, ja, das ist fälligen Level, sag ich jetzt mal, anwenden konnten. An sich war das Level ziemlich cool und wir haben noch ein paar weitere Level gemacht und thematisch ging es quasi darüber, wie ich über 20 Kilo abgenommen habe und was vor allem Fitness für den Geist machen kann. Durchaus eine Folge, aus der man sich was mitnehmen kann und ich kann sie definitiv empfehlen. Was geht ihr mal? Und herzlich willkommen zurück zur mittlerweile siebten Folge von Let's Play Super Mario 3D Land. Ja, wir werden, denke ich, in dieser Folge Welt 5 beenden, aber zuallererst haben wir wieder ein Toad House vor uns und das trifft sich sogar relativ gut, wie Pfeile von mir in Darts... Und ein guter Vergleich... Hey, willkommen auf meinem Kanal. Von diesem Mi ist das Geschenk Nummer 1. Mensch, und wir haben einen Pilz und eine Feuerblume. Das finde ich sehr gut, weil wie gesagt, ein bisschen Item ist gar nicht schlecht. Ich will ganz kurz nochmal zu den Themen etc. was sagen. Ich habe immer noch ein paar Themen von euch in petto, also ihr braucht mir noch keine neuen schreiben, aber in dieser Folge werde ich noch über ein eigenes Thema von mir reden und in der nächsten Folge werde ich ebenfalls nochmal über ein Thema von mir selber reden. Danach werden auch wieder eure Themen kommen. Keine Sorge, nur aktuell habe ich, wie gesagt, noch so ein bisschen auch was... Was einfach so aktuelle Geschehnisse sind, die ich mir auch gerne einfach mal von der Seelen darbere, weil... Ja, das habe ich ja, glaube ich, hin und wieder auch immer so gesagt. Ich gebe aktuell ja für alles sehr, sehr viel Energie und da ist es halt quasi so für mich, also das ist ja auch gerade so die ganzen Idioten etc. in der Schule auszuhalten. Da ist für mich YouTube einfach, auch wenn es nochmal genauso viel Arbeit ist, so mein mentaler Ausgleich. Also sonst würde ich das andere nicht überstehen, so wüsste ich. Ich brauche das hier einfach für die Feelings, damit ich mich trotzdem noch wieder irgendwie ausruhen kann, ja, von dem normalen Zeug. Und da einfach aktuell viel in meinem Privatleben passiert. Viel, was auch so Sachen sind, die ich zum Beispiel in einem Alp, also in meiner engsten Freunde mittlerweile erzählen würde, denke ich mir, wenn ich hier über meinen Alltag erzähle, habt auch ihr verdient, dass ich mal darüber rede, so wisst ihr, wie ich meine? Und hier haben wir schön den Turm abgeräumt, sehr lecker. Spaghetti Bolognese, nein, what the fuck. Ich bin nur gerade wieder ein bisschen panisch, dass ich schon wieder irgendwas vergessen habe. Es wirkt wieder schon, als ob wir ein bisschen Content hier hätten. Nein, du solltest nicht noch eine Stampfattacke machen, Mario. Wie dem auch sei, heute nehme ich nochmal ein Arzt. Ah, hier haben wir es da können. Ist das die erste? Ja, okay, dann habe ich nichts verpasst. Heute nochmal ein eigenes Thema. Und in der nächsten Folge wird es auch nochmal ein eigenes Thema geben. Und dann wird mich wieder euren Themen vorschlägen. So, heute ist nämlich so das Thema. Ich dachte mir, das kann ich nämlich cool benutzen. Quasi so, was muss ich denn jetzt machen? Einfach hier hoch? Ja. Quasi aufbauend auf die letzte Folge, wo ich ja darüber geredet habe, dass ich ja durchaus früher dicker war. Und was ich quasi getan habe, um abzunehmen und was das alles in der Zeit noch für Auswirkungen auf den Geist hat. Und heute dachte ich mir, will ich mal ein bisschen über diese Phase reden, wo ich halt zum Beispiel dick war. Ich will erstmal gucken, haben wir hier irgendwie wieder einen Toad, der... Release da um... Ah, Daumenbahn tot. Mit so einem Ding auf dem Kopf. Release so eine Münze für mich, Bruder. Wer jetzt da runterspringen hört, ist das? Bruder, mach nichts Falsches. Er ist tot. War nett mit dir. Ha, er ist gelandet. Ehremann. Okay, aber eine Münze hatte ich mir leider nicht gedroppt. Egal, eine zweite habe ich dafür schon gespottet gehabt. Die dürfen wir gleich erreichen. Ja, und ich dachte mir, dass ich halt heute mal so ein bisschen über die Phase reden, in der ich dick war. Beziehungsweise mit einem Augenmerk auf eine, wie soll ich sagen, Sache halt. Äh, ja. Und zwar die Tatsache, dass ich, ungelogen, zwei Jahre lang meines Lebens nur in Jogginghose rumgelaufen bin. Es gab keinen Tag... Okay, vielleicht gab es mal die eine oder andere kleine Ausnahme. Aber im Normalfall gab es keinen Tag in dieser Zeit, wo ich nicht mit einer Jogginghose rumgelaufen bin, mit einer Jogginghose in die Schule gegangen bin, mit einer Jogginghose bei Geburtstagen war, mit einer Jog... Wisst ihr, wie ich meine? Und ich sag schon mal wieder vorneweg, ich will niemanden damit verurteilen, ob ihr jetzt Anti-Jogginghosen seid, Pro-Jogginghosen sagt. Allgemein, Jogginghosen ist geilste Leben oder wie auch immer. Ich will niemanden dafür auch nur ansatzweise verurteilen. Also jeder kann das und soll das tragen, wie er es nur möchte. Ist absolut kein Stress. So, wir haben jetzt ein paar Goldringe, die wir durchfliegen können. Die Goldringe gibt es normalerweise immer nur an meinem Finger. Und ich habe das jetzt Zeit... Ich kann die Stammattacke nicht mehr abbrechen. Ich habe nicht gesehen, dass die Ringen nach vorne gehen. Wie dem auch sei, ich habe jedenfalls zwei Jahre meines Lebens nur Jogginghose getragen. Und ich will einfach mal ein bisschen allgemein so über diese Zeit sprechen. Also allgemein kann man ja sagen, Jogginghosen sind in einer gewissen Weise in der Gesellschaft verpönt. Oder zumindest nicht so gerne gesehen, wenn man nach draußen geht. Man soll... Also wisst ihr... Natürlich sage ich jetzt nicht, dass man irgendwie mal Designerklamotten oder sowas tragen muss. Aber ein bisschen Anstand, ein bisschen Eleganz, sage ich mal, gehört einfach zu so einem Outfit dazu. Modedesigner werden dir jetzt wieder was ganz anderes sagen. Und wie toll und individuell doch eine Jogginghose sein kann. Aber im Allgemeinen sehen Jogginghosen, gerade wenn sie so schlauig sind, einfach ziemlich ranzig aus. Und sollen sie ja auch sein, weil sie sollen ja bequem auf der Couch sein, etc. Und bei mir war halt dieses Denken in der Zeit, wo ich halt einen Fick auf mein Aussehen gegeben habe. Habe ich halt auch einen Fick quasi darauf gegeben. Ja, wie soll ich sagen? Okay, ich habe es auch noch geschafft. Puh. Ja, wie ich mich halt kleide. Und ich dachte mir, ey, da ich jetzt dicker bin, habe ich keinen Bock mehr auf Jeans. Weil die Jeans, die ich hatte, wurden mir zu eng. Und dann dachte ich mir, Fick auf alles. Ich trage jetzt halt nur noch Jogginghose. Und ich sehe gerade meinen Kamerakurs, was lernen muss ich kurz wechseln. Mir war das halt alles, wie gesagt, relativ lat. Und oh, ich sehe gerade, wir erreichen das zweite Castle im Spiel. Es wurde ja gesagt, in Welt 1, in Welt 5 und Welt 8, bei den normalen Welten, gibt es ein Castle. Und so ist es auch. Hier haben wir das Castle in Welt 5, wo wir 50 Sternmünzen blechen müssen. Ja, da wir bisher alle gesammelt haben, die es im Spiel gibt, ist das kein Problem. Und auch weiterhin alle sammeln werden. Und nun würde ich sagen, schön, wenn wir uns... Wack heiße ich in Castle 5. Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Nein. Aber um aufs Jogginghose-Thema zurückzukommen. Jogginghosen an sich sind halt nur so ranzig. Und ich dachte mir, yo, ich bin jetzt fett. Ich will jetzt gemütlich sein. Und entsprechend habe ich ja Jogginghosen getragen. Und im Nachgang denke ich mir, what the fuck, Alter. Das ist einfach teilweise so eine Sache vom Respekt, etc. Wisst ihr, wenn zum Beispiel ein Familienmitglied oder so Geburtstag hat. Und man geht irgendwie nett in ein Restaurant, etc. Da finde ich, mittlerweile zumindest, gehört es sich einfach, dass man sich natürlich auch ein wenig, ich sag mal, eleganter anzieht. Man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt direkt im teuersten Sakko und im Louis Vuitton-Anzug oder so. Noch mal ganz krass gesagt. Äh, aber ich finde, man kann einfach eine Jeans und, äh, eine anständige T-Shirt tragen. Vielleicht nicht gerade die dreckigsten, abgeranzten Sneaker so auf die Tour. Und dann passt das schon. So, ist das so krass, dass man da übelst, ja, elegant aussieht. Darauf kommt es gar nicht mehr ran. Aber einfach, einfach ein bisschen manierlich und ordentlich, sag ich mal. Und, ja, habe ich ja damals einen kompletten Fick draufgegeben. Und ich war halt teilweise bei Geburtstagen und teilweise sogar bei, äh, äh, ja, Bewerbungsgesprächen und so ein Shit. Bin ich in Jogginghose angekommen. Hallo, was macht denn das für einen Eindruck? So, und wenn ich überlege. Damals war mir das halt komplett scheißegal. Und ich denke mal, in der letzten Folge hat man auch, ja, quasi von meinen Worten, von meiner Betonung etc. Und wie, äh, enthusiastisch ich über das Thema gesprochen habe, rausgehört. Und, dass mir mittlerweile halt dieser kleine Fitnessaspekt im Leben und wie ich mich dann entsprechend auch kleiden kann und wie ich aussehen kann, dass mir das Ganze schon wichtig ist. Und wenn ich heutzutage darauf zurückblicke, dann denke ich mir, wow, wie scheißegal, wie das damals war. Das finde ich irgendwie krass. So ganz kurz spotten, darum ist das Ziel. Und hier werden wir wohl gleich auf den zweiten Bowie treffen. Bowie, äh, 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 Skrrr, nein. Jetzt fehlt aber immer noch ein Stern und ich habe fast schon irgendwie das Gefühl, dass die hier oben zwischen den Toms ist. Gehe ich recht in der Annahme? Nee, hier sind nur ein paar Münzen. Jetzt kann ich hier wenigstens krass abkürzen. Ich bin Gangster. Keep spending most their lives living in the Gangster's Paradise. Das war fucking knapp. Äh, super Song by the way. Ich bin aktuell so richtig auf meinem 2000er, äh, 90s. Also, so, 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 90er bis 2000er Musiktrip. Übelgut diese Zeit, so musikalisch. So, und jetzt dürft ihr unser Bowie langsam auftauchen, ne? Ja, da haben wir ihn ja. Wir haben jetzt einen geilen Tanooki-Schwanzel, deswegen würde ich sagen, kurz Concentration-Mode. activated, damit wir dem guten jungen Herrn mir mal auf die Fresse gehen können. Wie gesagt, ich habe gerade immer noch ein bisschen komplexer, weil mir eine Dingens fehlt. Aber die scheint hier erstmal nicht zu sein. Hm. Die ist jetzt blöd. Ich hoffe, die kommt noch. Ansonsten, I have a little problem, blöd. So. Ja, du willst hier irgendwie groß den Macker markieren. Oh. Hast du geschafft. Ups. Äh. Ja, schau mal bitte nach hinten. Ja. Ey, ist klar, Bruder. Alles klar. Kurz Pause halten. Und sich bitte nicht allzu dumm anstellen. Gerade im Bett ist, wenn man es nicht gerade eilig hat, abkürzen. Gar nicht mal so eine gute Idee. Und ich würde sagen, einfach kurz an dir vorbeirushen. Und wo war jetzt das Problem, Digga? Wo war das Problem? Okay, meine Vergleiche und Wortsätze sind wieder auf höchstem Niveau, wie man es natürlich von mir gewohnt ist. Ja, verbrenn dir den Arsch, Bruder. Aber es war nur ein Karmic und gar nicht der Original Bowser. Hä? Wie hätte man es nur vorausahnen können, wenn in Welt 1 das nur ein unfähiger Gumba war? Na, wie dem auch sei, da wir jetzt doch alles Starcoins etc. haben, können wir einfach fortfahren und fortfahren zum Fjord fahren. Und hoffentlich die goldene Fahnenstange erreichen. Komm, enttäusch mich nicht. Ja! Wenigstens nur eine Sache, die mir gelingt. Ha, naja, nee, aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieses ganze Jogginghosen-Ding krass, wenn ich heutzutage darauf zurückblicke. Das klingt vielleicht immer so locker, aber malt euch das mal aus. So, man bekommt natürlich auch immer komische Blicke, gerade wenn du irgendwie an einem Ort bist, wo man vielleicht ein bisschen was, ja, ein bisschen grobeneren Kleidungstil von dir erwartet. Fangen wir mal ganz basic an bei der Schule, so da, wenn du immer komische Blicke abbekommst. Ich meine, damals habe ich mir nicht wirklich was draus gemacht, aber das sage ich mir, ja Mario, guck doch mal hin, wo dein scheiß Brief ist, Mensch. Bist du blind oder was? Ist dein Bauch mittlerweile so dick vom ganzen Pizzafressen geworden, dass du nicht mehr über den hinwegblicken kannst. So, Peach hat einen One-Up gemacht oder wie? Wenn man das wackelt, kann man den Gummer noch weiter auf die Fresse hauen. Finde ich tatsächlich sehr gut. Und nachdem es öfters mal mit jemandem in den Kommentaren stand, ja, du musst es manchmal länger machen, da passiert noch was. Versuche ich das gerade mal. Ah, es passiert nichts. Ist jetzt blöd. Ist jetzt peinlich. Ähm. Na, wie dir mal auch sagen. Gerade in der Schule oder wie es in meinem Fall ist, äh, halt an einem Gymnasium. Wo man halt schon ein bisschen was von dir, wie gesagt, erwartet. Gerade auch, wenn es um so eine Sachen geht, wie, äh, Facharbeitpräsentation etc. Ich glaube, ich habe sogar die Präsentation meiner Facharbeit noch in Jogginghose gehalten. Ich weiß gar nicht mal mehr genau, bis wann ich Jogginghose noch getragen habe. Aber das war auf jeden Fall bis letztes Jahr. Ich meine, bis zu meinem Praktikum. Also ich habe ein Praktikum an der Grundschule gemacht und da hat meine Mutter dann schon gesagt, ne, also dit geht nicht. Da habe ich mir damals, oder was heißt, habe ich mir, da haben wir damals ein paar, äh, neue Jeans auch gekauft gehabt für mich. Und ja, ich habe schon im Video gestern oder vorgestern erzählt gehabt, dass ich, äh, ja auch jetzt neu einkaufen war, neue Jeans etc. habe. Und, ja, ich weiß nicht. Wenn ich gerade so die Jeans, die wir dann letztes Jahr auch nochmal gekauft haben mit den aktuellen Vergleiche, da würde ich schon sagen, spreche ich von einem gewissen Stolz. Ich habe schon hier über die Komplexe, dass ich irgendwas vergessen habe. Weil vor der Halbzeit fahrende nix kann ja auch nicht sein. Verarsch mich nicht, Bruder. Das war sehr intelligent. Haha, guck mal, wie ich sage, direkt beim Anfang einfach über die Felsen nach links und wir kommen zur ersten Starcoin, die wir gerade übersehen haben. Bin ich nicht der Beste? Nein, bin ich nicht. Und ich weiß nicht, schreibt mir auch mal gerne eure Ansicht zu diesem ganzen Thema Kleidungsstil, Jogginghose, ja, nein etc. in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren. So sagt ihr, yo, ist mir doch scheißegal, wie sich Leute anziehen oder wie ich mich anziehe. Ich lege da keinen großen Wert drauf und wenn ich es mal bequem mag, ist für mich auch eine Jogginghose voll okay. Und wow, was haben wir denn hier für eine coole Unterwasserpassage? Das sieht echt ziemlich geil aus, tatsächlich. Das finde ich sehr cool. Lecker. Wenn ich mich hier gar nicht mehr so doof anstelle, kann ich hier auch ein Item bekommen. Das ist doch wohl absolut wert. Und ich habe es geschafft. Und wir bekommen Tanuki. Ja, kann man eigentlich ganz gut gebrauchen. Ne, oder sagt ihr, hä, nein, auf jeden Fall muss man sich zu diesen und jenen Anlässen gehoben zum Beispiel mal anziehen. Also gehoben ist vielleicht so ein doofes Wort, gerade für Leute, die vielleicht aus der Unterschicht etc. kommen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. So, wie seid ihr im Zweifelsfall auch angezogen? Konnte man hier nicht in ein Wasserfall rein? War hier nicht was? Ja, sage ich ja, Alter. Aber nur ein kleines Ziel. Zack, zack, zack. Hm, was nehmen wir denn hier ausbeute-technisch vielleicht mit? Ich würde vielleicht die Boomerang-Flower und den Tanuki nehmen. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Mit der kann ich ein bisschen arbeiten. Ähm. Und ja, wie kleidet ihr euch? Wie sollte man sich kleiden nach euch? So ein Motto. Wie gesagt, gerne damit in die Kommentare. Würde mich mal wirklich interessieren. Und zack, haben wir wieder die Community-Bindung. Ich bin ja einer der wenigen YouTuber auf dieser Plattform, der sich tatsächlich noch um seine Community sharet. So, und jetzt gehen wir in die dritte Star-Coin. Baby! Oh, yeah! Oh Gott, da kommt wieder ein dicker Klopper. Und das sieht hier nicht gerade stabil aus. Ich habe es aber noch geschafft. Ich nehme mir mal vorsichtig bei den Tanuki, damit ich noch die goldene Fahne brav erreiche. Und damit würde ich sagen, war es auch schon wieder diese Folge. Ich kann das gerade sehr, sehr schwer abschätzen, wie lang die ist. Im Zweifel ist sie vielleicht mal ein bisschen kürzer. Die letzten paar Folgen waren ja dafür ein wenig länger. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ja, wie gesagt, eure Ansichten dazu gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und abonniert gerne kostenlos den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Würde mich alles sehr freuen. Und damit würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen oder so. Haut rein, euer Ansgar.